Ich habe ganz üble Videos, wo sich so Meerestiere mit ihren Pfoten in diesen Dingern verfangen. Äh, nicht Pfoten, Dingsbums hier so. Flossen, danke. Das ist ja echt krass, du bist ja wie eine Maschine, du hast das alles dermaßen drin, das ist ja unfassbar. Meeresplastik fällt mir gerade auf so ein irres Wort, oder das hört sich an, als würde das im Meer irgendwie natürlich entstehen, wie eine Meeresalge oder so dabei, ist es ja einfach nur der Plastikmüll, den wir produzieren, der im Meer landet. Genau, genau. Nochmal anfangen, oder? Okay. Okay.